Hallo liebe Jürgen und Freunde, ich spritze meine Kartoffeln das erste Mal mit einem Fungizidschutz. Fungizidschutz unbedingt machen, weil in der Nähe schon ein Krautfäuler-Befall festgestellt wurde. Ich mache hier bei einem Programm mit phytofre.ch, dort wird mir geraten wann ich wieviel was spritzen soll, je nach Gefahr. Jawohl. Im Prozess um den Mord an einer litauischen Studentin hat der Angeklagte überraschend ein Geständnis abgelegt. SLR Reporter Stefan Bugert. Sie sind noch nicht so gross, meine Stauden. Aber um sie gegen Blattlausbefall, Blattlauseinstiche zu schützen, ist eine Spritzung mit Öl notwendig oder sehr gut. Und weil ja in der Nähe schon Krautfäule festgestellt wurde, habe ich auch als Krautfäule eine Fungizidbehandlung mit Öl machen kombiniert von sich an. Musik 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 Musik